Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Volk von Deus Ex Mankind Divided. So, wir machen mal kurz das und benutzen mal das. Und noch einmal. Fertlich. Gut, es hängt zu viel an diesem Deal. Wir können keinen Zusammenbruch des Funkverkehrs brauchen. Shit, 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 shit. Echt? Fuck, wie haben die mich denn gesehen vom... Vor allem, wie haben die mich gesehen? So, ich muss jetzt ein bisschen mehr aufpassen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich hier komplett stealth durchkomme. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich gebe mein Bestes. Wait a second, ich hole den kurz weg. Wait a second, es sind ja zwei. Hast du irgendwas? Ich habe keinen Plan, was das gerade war. Wie ist Ihre Position? Ich arbeite mich durch die Penthäuser. Vergessen Sie nicht den Funkverstärker der Djinn. Deaktivieren Sie ihn, falls möglich. Roger. Was dauert denn da so lange? Wie komme ich denn überhaupt hier hin? Okay, lass mich mal kurz überlegen. Geht es da weit tief runter? Ja. Ich muss mir mal kurz hier alles anschauen. Okay, da sind zwei. Siehst du was? Gut. Alles ruhig, wie erwartet. Ich schreib mal die beiden alles. Was? Tut mir leid Bro, aber du musst Okay, wo bin ich denn jetzt gerade hier eigentlich? Ich muss gerade mal gucken wo ich hier bin Ich muss mich mal wieder orientieren so ein bisschen Okay, 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 ich komme glaube ich mal näher wo ich hin will Ich sehe hier nur einen Gegner, der mich sehen kann Den ich aber total leider nicht bekommen kann Wo ist denn der genau? Wenn ich mich jetzt dahin bewege, sieht der mich oder? Hey, wo ist denn der genau? Irgendwie können die mich sehen, ich weiß aber nur nicht von wo, deswegen gehen wir hier wieder weg Aber ich habe hier auf jeden Fall schon mal zwei wieder weg geholt, das ist schon mal positiv Aber mehr kann ich da unten nicht ausrichten Okay, 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 uah Lass mich überlegen, wie wir das hier Stealth machen Okay, das geht gerade gar nicht mehr Kann ich nicht zu ihm irgendwie durchkommen? Ich weiß aber nicht wie ich das Stealth machen soll Ach so, wenn ich nach unten komme, komme ich da durch Kann das sein? Ja, das Problem ist es ja eher Ja, und zwar eh müsste ich irgendwie kriegen Ja, von oben ist aber scheiß, ehrlich gesagt, oder? Hebe mal auf, bitte Ich muss gerade überlegen, wie ich das hier Stealth machen würde Wie kommt denn er dahin, wo der gerade ist da oben? Muss man das mal angucken Im Prinzip ist er dahin, wo er eigentlich ist Nur da, wo er ist, wie kommt er dahin? Das geht auf jeden Fall nicht Es geht eigentlich, wenn ich nur weißer ganz Ah, Schaden durch Gas, okay Ah, Schaden durch Gas, okay Ja, das nützt mir auch nichts Hm... Okay, so Zeitung Fahr ab einmal bringt mir nichts Gehen wir das mal Okay, wir müssen jetzt irgendwie einen Move machen Und zwar wird Stealth nicht funktionieren Da sind wir zu viele Und zwar werden wir folgendes tun Weiteste, ich sag genau was wir machen werden Wir werden Gucken, dass wir möglichst viele auf einem Platz bekommen Ich bin da raus, woher das kam Hast du das gehört? Wir haben einen Tuck und Mennung Keine andere Chance Leute, keine andere Chance Jetzt, wenn sie vielleicht so ein bisschen aufgegriffen sind Kann ich vielleicht ein bisschen hier was durchziehen Aber ich muss gucken, wo die alle herkommen Weil ich muss gucken, wo die alle herkommen Aber... Ja, sucht mal schön Sucht, sucht, sucht Okay, sind nicht mehr so viele Ich weiß nicht, wie keiner hat voll den Effekt gezeigt Sehr gut Das ist die ... 79, 80, 82, komm 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 Fuck Fuck, 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 fuck Fuck, fuck, fuck Ah, ich wusste es, ich wusste es, sie haben mich gesehen Ich wusste es Ihr motherfucker Ja komm her. Spielen wir? Spielen wir. Komm her. Ich weiß nicht was für Möglichkeiten die haben zu mir zu kommen. Ich kann ja noch mal einen Typhoon ansetzen, so schlimm ist das nicht. Ja komm her, big motherfucker. Du bist so schön, du scheiße. Du bist so schön, du scheiße. Woh, 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 woh. Ach, ich habe noch nicht mehr. oh oh you are damn right in here you mothafucka oh nein 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 ok wir haben eins zwei zwei jetzt kriegen wir locker hin ähm ah der war zu glück, kleiner Bastard oh du kommst du her muss aufpassen, muss aufpassen, muss aufpassen, 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 aufpassen ja das ist schon eine B**** hier sind noch mehr Leute wo 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 ich seh nicht wo oh 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 gotcha bitch oh 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 속 kurz durchschauen wie viele sind noch drin da drin dass keiner mehr gut mal kurz hier rein wir sind im atrium und beziehen stellung auf den terrassen wo sind sie noch unterwegs ist der funk verstärker deaktiviert negativ nicht gefunden dann beten sie dass sings tarnung hält sonst haben wir ein ernstes problem nein wir haben kein problem wir kriegen das hin somewhere somehow we fucking did it okay so dann wollen wir kurz hier ran benutzen das einmal kurz hacken oh my fucking goodness ich habe ihn als fahrrad getötet ich habe ihn als fahrrad getötet nein So, erstmal wait a second, wait a second, wait a second, wait a second, so. Ähm. Hä, wieso verstehe ich das jetzt nicht? So, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache das Ganze in gestern der nächsten Folge. Danke mal fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal von DioSX, MakeHiteDivided. Bis dahin, haut rein und tschüss.